Die Partnerschaft gibt es. Seit über 30 Jahren sind wir Zulieferer, was den ganzen Drohballen Sektor beeinflussen. Und die Partnerschaft schätzen wir sehr. Wir haben sehr offen miteinander zu kommunizieren. Es ist wirklich ein sauberes Vertrauensverhältnis, das man miteinander hat. Man gänzt einen gegenseitiger. Die Stärke ist sicher im kommunikativen Rahmen, in der Geschwindigkeit, die die Firma hat, intern wie auch gegen heraus und untereinander den ganzen Kontakt zu haben.